Hey, hoi zusammen. Hier ist wieder Haki von CrabTV in der Küche. Und irgendwie ist heute schon ein Schiss-Tag. Ich habe das vorher einem Kollegen gesehen, der sagte, es sei ein Schiss-Tag und so. Und dann hat er gemeint, Schiss ist eigentlich auch sehr wichtig. Es gibt ja irgendwie auch Mutter- und Vater-Tage und dann gibt es halt auch einen Schiss-Tag. Genauso wichtig wie Mutter und Vater ist auch Schiss eigentlich. Das muss man ja machen. Ohne, das kann man ja nicht überleben. Daher muss ich sagen, ja, eigentlich stimmt es schon, ja. Und dann könnte man ja eigentlich heute, den 28. November, als Schiss-Tag einführen. Also könnte man einfach mit Sekt anstossen, vielleicht gleich das WC putzen. Und dann einen Kuchen machen, so aus Schocki, oder? Vielleicht hat es sogar noch eine Schiss-Syphone. Ich meine, das Emoji ist sogar schon vorbereitet. Eine Schiss-Syphone, die lächelt, oder? Für den Schiss-Tag. Ja, ich finde eigentlich noch eine gute Idee. Was meint ihr dazu? Der 28. November. Führen wir den als Schiss-Tag. Yeah. Happy Schiss-Tag. So. .